Ich heiße Percy Jackson. Ob ich ein Problemkind bin? Ja, könnte man so sagen. Schlechte Noten, werd fertig gemacht, ganz normales Zeug eben. Aber dann gibt's auch Dinge, die vielleicht nicht so normal sind. Da bist du. Du hast etwas gesehen. Etwas, das sonst niemand sehen konnte. Die Geschichten, die ich dir erzählt hab, über die griechischen Götter und Halbbluter, sie sind alle wahr. Mrs. Jackson, es hat sich was geändert. Das geht gerade alles viel schneller, als wir dachten. Grover, warum hast du eine halbe Ziege in deiner Hose? Das Wichtigste ist jetzt, Ruhe zu bewahren. Percy Jackson, wir haben dich erwartet. Der Herrscherblitz wurde gestohlen. Du musst ihn zurückbringen. Denk daran, was ich dir beigebracht habe. Du musst jetzt sehr tapfer sein. Percy! Die Sitzung wurde gestohlen. Chris! Untertitelung des ZDF, 2020